Ok, dann fährt er nach oben. Den ganzen Kloppys können wir wieder im Arsch schlägen. Ich werde jetzt alle überrollt. Oha, da ist ein Bossraum, ok. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. So, ein Bossraum. Oh, fuck you. Was ist denn das Baumgeistgeschwür? Den kennen wir doch. Schon mal gegen so einen gekämpft. Wir sind vorflug. Also ich brauche Glutung bei ihm, wenn ich mehr Räume haben oder einfach. Oh ja, jetzt geht's! Mann! Ist es eigentlich anlucky, dass dieser Angriff von ihm durchkam. Genau aus dem Grund konnte ich ihn jetzt richtig hart hitten. Oh, er backt gerade komplett um. Das zieht gerade super wenig an. Ich weiß nicht, wie es da geht. Oh ja. Oh ja. Okay. Gut. Was ist das? Was ist das? Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.